So, 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 YouTube, hallo, lo, herzlich willkommen zu Geotastic. Wir wollen heute 18k Pinpoint Perfect machen, das heißt in drei Runden mit unendlich viel Zeit genau herausfinden, wo wir sind und wir starten rein in Runde Nummer 1. Und wir landen in... Oh, das ist ja aber einfach... Äh, Swaziland... D36... Ah, 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 MR3, Maricini, müsste hier runterliegen oder so, nicht? Maricini, 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 darunter. MR3... Und wir sind auf der D36... Ich wusste gar nicht, da D55, dass es noch andere Nummerierungen gibt, die noch kleiner sind. Äh, vielleicht finden wir eher Gelkizini. Also, die MA3 geht ab bei uns... ...und M-Bahn über die M36 eher. Wo soll denn das sein? Und das Richtung Süden. Achso, wartet, dann sind wir eher hier oben irgendwo. MR1, MA3... Und wenn die Sachen natürlich nicht eingezeichnet sind, wenn das hier eine von diesen M-Dingern wäre, dann wäre das natürlich blöd. So weit außen werden wir auch nicht sein. MR20... Ah, die Ds sind nicht kontinuierlich drin. Das ist doof. Okay. Gelekezini. Das klingt aber wirklich fast wie der Ort, eben, den wir in, ähm... ...Ungarn hatten, nicht? Kalekezini. Jetzt haben wir Gelekezini. Er klingt wirklich ungarisch, nicht? Mit dem Zini. Aber ich sehe ihn nicht. Jetzt geht das wieder los, das Spiel. Also, Marzini geht ab. Nach Osten. Das heißt, irgendwo hier werden wir vielleicht drin sein. Aber das geht nach Süden. Aber wartet mal, da vorne ist was. Vielleicht ändern sich dadurch die Richtungen. Elzuwini geht nach Südwesten. M-Bahne geht nach Norden. Okay, besser. So, sehen wir Elzuwini. Ich sehe nur... Da, Elzuwini. Da. Und das geht nach Südwesten. Das heißt, wir müssen ja irgendwo hier sein. Norden, Osten, Süden, Westen. Oder hier. Hier könnten wir sein. Aber das ist zu... ...zu groß, nicht? Was war denn da? Ist da eine Autobahn gewesen? Da ist eine Autobahn. Okay, also wir sind über der Autobahn. Das ist das Problem. Das heißt, die Richtungen sind gerade total Banane, weil ich auf den Auffahrten der Autobahnen bin. Und hier haben Linksverkehr. Wichtig. So, wo geht es hier raus? Nach M-Simb... M-Di-Simbah. So, das ist doch das, was wir brauchen. M-Di-Simbah. M-Di-Simbah, da oben. M-Di-Simbah. Das heißt, werden wir vielleicht hier sein. Die gucken gerade nach Südwesten und hätten jetzt eine Abfahrt, die an so eine Kreuzung kommt. Ja, guck, das ist es. Das führt dann hier rum bis hier hinten. Aber da die Brücke sehe ich nicht. Aber gut, das kann auch nur ein Fußgängerüberweg sein. Und auf der Seite geht es hoch, direkt auf die Brücke rauf. Zack. Wo sind wir? Hier, da geht es direkt auf die Brücke rauf und es geht auch direkt wieder runter. Alles klar. Dann heißt es aber, wenn wir hier sind jetzt, müsste hier die Polizeistation kommen. Wenn wir die haben, dann stehen wir schon mal richtig. Das sieht nach einer Polizeistation aus. Und jetzt, wo stehen wir hier genau? Wir stehen in der Abfahrt. Ja, wir stehen hier, oder? Wir kommen hier über die Brücke auf die Autobahn. Oh. Und hier kommen wir auf die Autobahn. Passt. Finish. 3,78 Meter. Das war doch eine gute erste Runde. Nicht viel gesehen von Swaziland. Ich finde das, heißt das nicht Eswatini inzwischen? Deswegen auch Eswatini hier drin. Egal. Finde ich ein sehr schönes Land eigentlich. Genau, Lesotho auch sehr schön zum Rumfahren. Da kann man immer viel denken. Aber wir kommen weiter in Runde 2. Eswatini. Ja, würde ich auch sagen. Aber warum es da immer noch Swaziland heißt? Okay. Spontan hätte ich Albanien gesagt. Oder Türkei. Oder Türkei. Rot. Oh, was war in Rot nochmal? Schietel. Ja. Schiet Properties im 21. Jahrhundert. Da könnt ihr die Scheiße direkt kaufen. Für viel Geld. Auf jeden Fall irgendwo Osteuropa in die Richtung. Serbien. Türkei. Albanien. Montenegro. So wirkt das zumindest. Er lässt mich nicht weiterfahren. Ey! Mann Meter. Okay, wir müssen 1 hindrücken. Und da kriegen wir doch das erste sinnvolle Schild. Und das sieht aus nach Slowakei oder Tschechien. Die Schilder gibt es oft in Osteuropa. Lackners. Lackners. Da haben wir auch noch ein Schild. Können wir da hin? Ja. Mal gucken, was da steht. Tirane. Ja, also doch. Albanien, nicht? Hatte ich auch so ein Gefühl am Anfang. Okay. Tirane liegt nach Westen. Das heißt, er hier Berlux liegt Richtung Norden. Die Frage ist, wie weit im Norden? Oder wie groß ist es? Sieht nicht so groß aus. Ja, Portirinas. Würde ich auch eine Stadt erwarten, die Rinas heißt. Und die sollte ein bisschen größer sein, oder? Nicht jede Pupstadt hat doch. Oder ist es wieder ein Vorort? Wo ist denn der Flughafen? Nene Teresa? Nee, das ist er nicht. Duris, wo ist Duris noch? Duris ist da auch da. Duris, okay. Also, wir sind auf jeden Fall westlich davon. Können aber auch hier oben sein. Haben die noch einen Flughafen? Nee. ich mein irgendwo im Nirgendwo wird nicht einfach ein Flughafen sein, oder? Habt ihr einen Flughafen? In El Barsan? Zumindest kann ich den ich sofort sehe. Berrüxel. Ist das vielleicht Bershüte? Berrüxel? Ich dass es nur anders geschrieben wird. Okay, aber wir haben hier zumindest einen groben Fahrplan. Das ist schon mal gut. Wenn wir noch herausfinden, wie der Ort hier direkt heißt, dann sollte das eigentlich klappen, oder? Oh, da, da stand doch was. Es geht nach Domje und Bergs... Hier wird es auch anders geschrieben wieder. Bergsulle. Bergsulle und Domje. Domje, 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 oh, ich chiki, 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 da. Es wird doch nichts sein, was ich in so einer Zoom-Stufe hier sehe, nicht? Domje. Burkise, Markise, Markise, Balladjenne, hmmm, Burell Gucke mal in die größeren Knotenpunkte Weil ich denke mir so Ich gebe doch eher eine Stadt, die hier liegt An, als eine, die auf dem Weg liegt Aber in anderen Ländern Ist das auch oft anders geregelt Da sind auch eher Die kleineren Orte anstatt der größeren Angegeben Oder wir sind halt hier und irgendwie Kommen wir auf die Straße, die hier hinführt Das könnte natürlich auch sein Ich sehe weder Peruxelles noch Domge Könnte sein, dass Kreis Leza zum Beispiel Den anderen Namen hat Im Albanischen Und dann bin ich nämlich aufgeschmissen Okay Hilft mir aktuell noch nicht Wir brauchen handfeste Beweise Da steht auch nur Domge Berxule dran Topline Busunternehmen Vielleicht ist da vorne eine Autobahn, da geht's hoch Das könnte eine Autobahn sein Mal gucken Guten Tag der Herr Wundern sie sich nicht Wir sind nur auf der Durchreise Mit ihrem Esel passiert nix Keiner will ihrem Esel was zu tun Wir können da am Rand stehen bleiben Aber guck mal Selbst die haben am Rand Wings sind so 10-20 cm Damit jemand der Rad fährt Einfach da fahren kann Die haben keinen extra Radweg Die Autofahrer stören sich nicht am Radfahrer Der Radfahrer stört sich nicht unbedingt an den Autos Er hat Möglichkeiten auszuweichen Alles gut Warum bauen wir so eine Straße nicht? Ich verstehe es halt einfach nicht Bei uns muss sowas erstmal genehmigt werden In einem Bauplan Feststellungsverfahren Über 8 Jahre hinweg Da müssen Gelder freigegeben werden Die veruntreut werden Und oh Die Firma ging pleite Die das beauftragt hat Deswegen muss es nochmal neu ausgeschrieben werden Und 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 Alles so eine Verarschung einfach Anstatt einfach mal was zu machen Wird immer nur geblabbert Alter Das nervte richtig ab Das ist so wie eine Meetingkulturenfirma Anstatt einfach zu arbeiten Machen alle irgendwelche Drecksmeetings Ah hier SA2 Endlich mal was Vernünftiges SA3 Aha SA4 Dann muss ja SA2 In die Richtung liegen Tut es aber nicht SA3 zieht sich echt lang SA8 SA2 Wir sind in der Stadt schon wieder Bercule Alter Schon wieder Ja da kann ich ja lange suchen BOMGE Wir sind in Tirana Okay Und jetzt sind wir hier gerade irgendwo Auf einer der Ich würde sagen hier sind wir Nicht auf der Und das ist ja die Autobahn Anfangsauffahrt Hier sind wir Das ist das oder Hm Bin ich jetzt nicht so sicher Sieht auf jeden Fall Komisch aus Da sind Schienen Wie fahren wir überhaupt Wir fahren die ganze Zeit Nord-Süd Das macht da Auch alles nochmal ganz anders Das heißt wir sind Irgendwo wo Nord-Süd ist DOMGE Ecke Berg Sulle Kann man ja eigentlich ja nur Hier fahren Aber hier kommt man nicht Nord-Süd über die Schiene Sind wir auf der SH60? Ja wir müssen ja auf der SH60 sein HUE Industrie Ja das kommt hin So dicht neben der Autobahn Ach du Scheiben Kleister Ja aber wie bin ich hier hingekommen? Irgendwo hier So und dann fahren wir Nord-Süd Ah klasse So was die Straßen haben Haben die nicht Tja Wenn hier so eine Parallelstraße Zur Straße Die so ein bisschen schräg weg geht Und die geht nach Südwesten Norden Osten Süden Westen Die geht so Das könnte also das hier sein Dann würden wir aber nicht Hier raus kommen können Die läuft Ja die läuft eher so Das könnte das hier sein Das ist ein rundes Gebäude Sieht man das nicht hier drauf? Also wenn es hier wäre Wäre es nicht abgebildet Sieht auch nicht rund aus Aber so weit sind wir nicht gefahren Ne So weit sind wir nicht gefahren Das heißt wir haben zwei Möglichkeiten Hier Aber hier geht ja noch eine Straße Nach Nordwesten Also eine geht so Die geht so Und dann geht unsere so Das heißt da können wir nicht sein Und hier können wir auch nicht sein Die scheiß Straßen sind nicht eingezeichnet Die wir haben Ich sehe auch nicht die Autobahn Wir müssten ja hier direkt an die Autobahn kommen Richtung Westen Guck mal hier ist ja richtig viel los Hier sind ja richtig viele Häuser Ist ja ein richtig großes Gebiet Das heißt die Autobahn geht hier unterirdisch lang Kann das sein? Dann könnten wir halt Tja Sonst wo stehen Auf der Ich meine auf der Seite ist ja auch nochmal so ein Kreuz Nicht? Die geht hier auch Südwest Nordost Können schon hier stehen Ist hier ein Häuschen? Hier ist kein Häuschen halt Weil da wären Häuschen Du hast das zweifelhafte Privileg aufstehen zu dürfen Toastpulver Dann viel Spaß beim Aufstehen Wir machen morgen eine kleine Radtour Ich habe nämlich noch eine Woche Urlaub Und werde hier verzweifeln Aber ich glaube Das ist schon das hier, oder? Kann mich eigentlich nicht Vorstellen, dass noch was anderes ist Ich würde ja gerne auf der Straße da fahren Aber das geht halt nicht Was kommt denn da hinten? Busch Dann schlaf mal schön Irgendwas mit Busch Ich sehe nichts mit Busch Und ich verzweifle für uns beide weiter Straßen haben wir hier auch nicht Okay, die Straße aus der wir kommen Die führt auch wieder auf die Straße rauf Was heißt Die macht so einen Bogen Vom Süden Das ist das hier Ja, wir stehen hier Weil sonst macht keine Auf der Ostseite so ein Ding Finish 6,97 Meter Uff Das war echt nicht zu erkennen Hier, das ist gar nicht eingezeichnet Die Straße Das ist das Problem Na, das ist natürlich eine Kacke Nicht mal ein Grau oder sowas Das Einzige Das Ding hat mich jetzt hier Dazu verleitet Aber deswegen konnte man auch nicht reinfahren Uff Damit haben wir Runde 2 geschafft Also geht's ab in Runde 3 Und wir sind in Distributia Maestro Sind wir endlich mal in Südamerika Wir gucken mal Die Sonne ist Im Norden Also sind wir im Süden Könnte also passen Spontan Würde ich sagen Sind wir in Argentinien Supercars Millennium Ach ne Supercarnes Heißt das nicht Fleisch Ah Da haben wir es Das sieht nach einer Entweder argentinischen Oder uruganischen Flagge aus Aber in beiden Fällen Sind wir nicht so weit weg Von dem Wo ich vermute Dass wir sind Fahr mal die große Straße Einfach entlang Das muss auch schon wieder Was größeres sein Tortilla Tortilla De Italia Pollo Pollo Loco Loco Wir fahren weiter Oder Die ganze Zeit Richtung Osten Oh Und dann kommen wir auf Eine riesige Statue Was ist das denn Irgendein Kriegerdenkmal Oha Aber schön verdeckt Man sieht's kaum Was trotzdem auch schon Ganz groß Oh Ne Wir sind doch die ganze Zeit Nach Osten gefahren Hey Er hat mich wieder umgedreht Und ich würde auch weiter Nach Osten fahren Hier hinter Zack Da war ein Bus Den man auch mal Lesen konnte 6C Transal Okay Aber das hilft mir Nicht weiter In den Bushaltestellen Da steht auch nichts dran Oder LEDs Vielleicht irgendeine Werbung Oder Werbefläche Wäre ganz gut Bin An allem Echt vorbeigeheizt Rivadaria Bernadino Wir können In Bernadino Sein Wo auch immer Das liegt Aber das ist auf jeden Fall Kein Dorf Nicht Also wir fahren Die ganze Zeit Punkt Punkt Kom Plantabaya Do Oktu Irgendwas Provinze Zelta Vielleicht können wir In die Straße Reinfahren Ah Da steht Sieht man nicht Was hinterm Baum ist Oh warte Da war eine Werbung Stand da was drauf Wie kostet das Lokale Interieure Informer Jetzt haben wir wieder Die Telefonnummer La 12 Hilft mir auch nicht Weiter Vorsicht Aufnahmen Naja gut Ich brauche hier nicht Jedes Schild lesen Nicht Klar wird auf irgendeinem Was draufstehen Aber das muss einfach Beim Fahren Ins Auge stechen Straße 12 Der Oktober Die gibt es auch Überall Also die Ausrichtung Nach Osten Ist gigantisch Alte Schienen Aber es geht Trotzdem noch weiter Okay Dann fangen wir Jetzt mal nach Norden Also eine richtig Große Straße Haben wir nicht Getroffen Richtung Osten Die hier Sieht doch Größer aus Und die ist Am Stadtrand Das heißt Wir haben Eine große Straße An der Eine Stadt Ran Gebaut wurde Die ziemlich Groß ist Da sind Berge Und auf der Seite Ist Natur Richtung Norden National Entrada Prohibitat Zuwende Oh Der Bus Vielleicht Wieder Wir gehen nochmal Zurück Ich habe Ja so Die Hoffnung Da steht Irgendwie Busunternehmen De Argentinia Das ist schon Mal gut Also Argentinien Bestätigt San Lorenzo Und er fährt Nach San Lorenzo Und Bernadat Und Lorenzo Hatten wir Jetzt Santa Rosa Wäre hier Eins Oft waren wir hier oben drin San Pedro San Irgendwas Die Stadt muss trotzdem ein bisschen Ja größer sein Nicht wahr Also nach Osten hat sie Mindestens 7 8 9 10 11 12 13 45 30 40 Straßen Abschnitte gehabt Zonen Militär Oh Militärzone Militärische Sperrgebiet Oh Hier Kommt mal was Der Kreisverkehr Route 28 20 27 27 27 Ich glaube wir sind gar nicht so schlecht hier oben 34 32 40 22 21 29 28 Aber das ist nur eine lokale 28 nicht wahr Ich meine gut es könnte diese Stadt hier sein Route 28 San Lorenzo Ich glaube wir brauchen diese große 28 nicht diese kleine 18 20 20 Ich meine wir haben hier ein paar Berge 34 9 16 Und die liegen Richtung Westen Würde das hier schon ganz gut passen Oh Oder ist das wieder Cordoba hier Oder es wäre keine 28 28 33 33 Wann ist Iris nicht 40 Oh Manchmal hätte ich gerne so Augen die einfach Sachen anvisieren und dann Ah das da Ah das da Aber so funktionieren meine Augen leider gar nicht Sie funktionieren so gerade so 33 35 Hier ist zu weit oder 23 Aber so weit im Süden 25 Ah gut, stimmt, oft waren wir hier unten Nicht, also, gut Wir waren oft in Argentinien, da waren wir eigentlich überall oft Irgendwie landet man hier halt Relativ Ja Häufig 26 40, 1, 3, ich sehe überall die 40 Schlängelt sich hier überall lang Nicht, dass es eine lokale 28 ist, weil es nur Router ist, nicht? Dann heißt es, dann wäre es nämlich eine grüne Ich frage mich auch mal, wie kann eine Provinz eine 60 haben, wenn davor irgendwie die anderen nicht gibt Nicht, es gibt nicht mal eine 6 Also, dass man sagt, 6, 9 ist die 9. Abzweigung der 6 oder so Ich glaube, sonst würde Router National dran stehen, nicht? Wenn es die 28 wäre Die es anscheinend aber auch nicht zu geben scheint Oder sehr gut versteckt ist Vielleicht einfach nur eine Überbrückungsstraße in einer großen Stadt ist Oder sowas Ich gucke jetzt hier hinten nochmal rein 100, 12 118 34, 9, 38 Warum suche ich nicht die 38? Wäre so viel einfacher Wäre dann hätte ich so schon Oh Mann Okay, also Straße hilft mir nicht So, hilft mir sowas wie San Lorenzo Sowas Nichtsagendes Wahrscheinlich gibt es 40 San Lorenzos Hm, Rio Bahia Ganggang Mar de Plata La Plata San Carlos San Francisco Santa Fe Santiago San Miguel San Jose San Ramon Ja, das wird was Kleines sein San Lorenzo Wenn wir jetzt die anderen rausfahren Dann müssten wir ja eigentlich herausfinden Ist da eine Autobahn drunter Ah, ist nur eine Unterführung Aber egal Die Straße, die Muss doch irgendwann eine Beschilderung haben Wo geht's hin Abfahrt nach San Pablo Granburg Das heißt wirklich Granburg Ich dachte die haben sich irgendwie verschrieben Salta Dann sind wir hier So, sehe ich hier nach 28 Ja, ist wirklich eine lokale Straße Hier oben Und sehen wir hier noch eine Granburg Nach Südosten Hier ist auch San Lorenzo Okay Das passt Die ist auch recht groß West-Ost Straße des 20 Blablabla Sind wir langgefahren Die ganze Zeit Wo sind wir gerade Ich glaube wir sind Naja, aber über Wasser Nicht Vielleicht hier hinten drin Das wäre zu klein Das wäre aufgefallen Aber über die großen sind wir auch nicht gefallen Ah, hier ist noch eine 28 Hier sind wir Ja, ja, okay Das sieht gut aus Hier ist der große Platz Wenn wir nach Osten fahren Da, 12. Oktober So Irgendwo hier hinten müssen wir drin sein Oh Falsch gedrückt Ich wollte Back to Start machen Wir sind jetzt Pederna Ecke Das Schild ist weg Auch klasse Ecke 12. Oktober Perdana Hier ist Perdera 12. Oktober Dorti Bengo Bongo 7 Meter 14 Wir haben es Gepaktos Und damit gucken wir uns die Results an 18.000 Schöne Verteilung diesmal Wir waren 5 Minuten 58 In Eswatini Wir waren 16 Minuten in Albanien Und 17 Minuten in Argentinien 39 Minuten Ich würde sagen Ist eine durchschnittlich gute Runde Wir sehen uns beim nächsten Mal Wieder